Hallo TÜV-Tennis-Freunde und frohe Weihnachten! Ja, zu diesem besonderen Anlass gibt es auch ein ganz besonderes Duell, nämlich mein Match gegen David Faber, die Nummer 2 vom TV-Revrat. Ja, ihr kennt bestimmt das Original-Video und ich möchte euch hier dieses Mal wieder ein paar Tipps geben, welche Taktik ich eingesetzt habe und warum. Vorab kennt ihr vielleicht auch das Spiel von der letzten Saison, wo wir in der Herren Verbandsliga gegeneinander gespielt haben. Damals habe ich 3-1 verloren und wusste also, dass David ein sehr gefährlicher Gegner ist. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Er hat mich früher auch mal trainiert im Stützpunkt in Porz. Und er ist natürlich einer vom Niveau her, kann ja immer noch Oberliga spielen, hat ja auch in der Verbandsliga davor die Saison eine der besten Bilanzen gespielt und ja auch gegen mich gewonnen. Ich wusste aber auch, dass er jetzt kein Abwehrkiller ist. Ja, also er spielt einen guten Topspin auf meine Noppe, aber durchaus nicht so konstant, macht dann auch mal zwischendurch ein paar leichte Fehler. Ja, deswegen wollte ich jetzt nicht zu aggressiv spielen, ja, ihm auch zwischendurch die Chance geben, Fehler zu machen und dann, ja, das ein bisschen bündeln mit mal gefährlichen Aufschlägen. Ja, ich habe viele lange Aufschläge angestreut, um ihn auch zu direkten Federn zu zwingen und dann zwischendurch auch mal einen gegenziehen, einen angreifen. Und hier im ersten Satz klappt das ganz gut, ja. Und hier könnt ihr sehen, er macht durchaus auch mal ein paar leichte Fehler auf meine Noppe. Man muss dazu sagen, David war auch nicht in Bestform. Ihr könnt euch vielleicht sehen, hat er ja auch an seinem linken Fuß eine Art Bandage, also er hatte wirklich Fußprobleme und, ja, war nicht topfit, war nicht in Bestleistung und hat daher gerade so jetzt im ersten Satz und Anfang des zweiten Satz wirklich einige leichte Standardbälle liegen gelassen, was eher untypisch für ihn ist. So hatte ich dann, ja, durchaus ein bisschen Glück. Ja, oder so ein hoher Rückschlag. Passiert ihm auch nicht, denn, was auf jeden Fall die Stärke von David ist, ist Aufschlag-Rückschlag. Er hat sehr gefährliche Aufschläge. Mit der Vorhand, hier können wir uns mal einen anschauen. Viel Unterschnitt bekomme ich und dann setzt er hervorragend nach. Und das ist auch das Niveau, was er normalerweise auch viel mehr zeigen kann. Aber an dem Tag war er nicht in Bestform. Und was auch gefährlich ist, das ist sein Rückhand-Flip oder Rückhand-Topspin auf meine Aufschläge. Die sind wirklich schwierig zu bekommen. Oder dieser Ball ist wirklich schwierig zu bekommen. Ja, was er aber an dem Tag nicht so gut machen konnte, ist direkt den ersten Topspin auf Punkt zu ziehen. Ja, so einen festen Topspin, da hat er sehr viele leichte Fehler gemacht. Ja, und klar, wenn er die Bälle natürlich getroffen hat, hat er auch viele direkte Punkte gemacht. Aber als in allem war es für mich noch im zweiten Satz, so von der Taktik, dass ich gedacht habe, oh, ich gebe ihm die Chance, auch Fehler zu machen. Weil seine Trefferquote gefühlt unter 50 Prozent war. Weil er jetzt mal durchaus gegen Ende des Satzes mehr trifft. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich dann die Chance bekomme, muss ich natürlich auch mal einen angreifen. Weil er jetzt auch dann gegen Ende des Satzes mehr als 50 Prozent betroffen hat. Das war, glaube ich, taktisch gut, dass ich da auch mal einen Rückhand-Topspin einstreue. Ah, da habe ich ein bisschen Glück. Ja, da regt sich David auch sehr auf. Ja, was natürlich mich ein bisschen aufgebaut hat, dass er dann so unzufrieden war. Und da macht er einen ganz hervorragenden Rückschlag. Ich zog aber noch mit der Vorhand. Und habe dann natürlich Glück, dass ich den Ball bekomme. 2-0 in Führung gehe. Und da muss ich ehrlich sagen, da dachte ich, okay, David ist an dem Tag nicht gut drauf. Ich führe 2-0. Ja, das Ding ist gelaufen. Ja, jetzt gewinne ich hier 3-0. Gerade weil mein Mix hier aus Abwehr und Angriff gut ist, dass ich meine langen Aufschläge einstreue. Und hier wird es richtig interessant. Da hat nämlich David angefangen, ein bisschen Abwehr zu spielen. Und normalerweise spiele ich sehr gut dann gegen Ballon. Abwehr oder Unterschnittabwehr. Dann mache ich aber einen Fehler. Und dachte mir, ja gut, interessanter Taktikwechsel. Und er zieht es auch weiter durch. Ja, den kann er ziehen und schubft. Und jetzt könnt ihr sehen, zieht er dann nochmal einen wieder an und schießt. Ja, also er hat so ein bisschen unberechenbarer gespielt. So der Mix aus Passiv und Aktiv. Ja, da schubft er nämlich einen langen Aufschlag. Und untypisch für mich. Ich mache da einen Fehler. Ja, den nächsten treffe ich. Und war jetzt auf jeden Fall vorbereitet, dass David nicht nur angreift, sondern mir jetzt auch selbst mehr Möglichkeiten zum Angriff gibt. Und dachte mir, okay, ich brauche gar nicht jetzt immer die feste Topsin spielen. Es reicht auch, wenn ich die Bälle mal zwischendurch sicher drauf spiele. Als Topsin. Hier, sehr bitter. Hätte ich die Chance gehabt, auf 8-4 voranzuziehen. Ja, so jetzt auf einmal 7-6. Das ist ein schöner Ball. Und da schaffe ich es auch wieder in meinen schönen Spin-Topspin zu spielen. Und damit hatte David richtig Probleme. Ja, das macht er dann gut. Und da wischt er mich in der langen Vorhand. Ja, und das war bitter. Ich habe eigentlich antizipiert, dass er in die Rückhand kommt. Trotzdem mache ich einen Tick zu langsam am Ball. Macht er einen Fehler. Und hier auch wichtig, dass ich mit dem roten Belag schupfe. Und dem hier lang in die Vorhand spiele. Damit David sich auch bewegen muss. So, und jetzt aufpassen. Nummer 1. Ja, 2 Matchbälle für mich. Nummer 1 abgewehrt. Und wie dreist ist das denn? Oder wie raffiniert. Ja. Dann macht David zweimal hintereinander diesen langen Aufschlag. Und dann trifft er mal ein volles Risiko. Oder nichts Rückhandball. Und ja, hier auch nochmal einen. Also das war dann stark. Das war schon der zweite Rückhandball hintereinander, den David getroffen hat. Ich dachte mir, meine Güte, ich bin ja eigentlich, bin ich doch in der Abwehr ganz sicher. Aber konnte es dann mit dem passiven Spiel zum Schluss nicht mehr hinbekommen zu gewinnen. Also David wird drei Matchbälle ab und kommt auf 2-1 ran. Und das ist sehr gefährlich, weil ich wusste, das gibt ihm selbst Bewusstsein. Und das baut ihm auf. Und jetzt trifft er auch solche Bälle. Ja, und mental für mich natürlich jetzt extrem schwierig. Nachdem ich drei Matchbälle vergeben habe, hier in diesem dritten Satz zu finden. Ja, ich weiß, David spielt jetzt auch sicherer. Ja, und ihr habt Glück, dass ihr einen Aufschlagfeder macht. Aber meine Taktik jetzt ab diesem vierten Satz war, doch ein bisschen mehr aktiver zu spielen. Ihm nicht nur die Bälle zu geben, sondern auch mal selbst einen angreifen. Ja, oder gut platzieren, auf den Wechselpunkt spielen, damit David jetzt nicht genau weiß, was kommt. Und der war genau in die Mitte, der war jetzt nicht gut platziert. Also, dass David jetzt hier gut im Vorteil ist. Trotzdem schaffe ich es dann, aus der Note heraus einen guten Abwehrball zu spielen. Und hier wichtig war, mit der vorne den Rückschlag zu nehmen. Nicht nur mit der Noppe, weil ich gemerkt habe, David, ja, auf diese Bälle hat er sich grundsätzlich eingestellt. Lässt zwar jetzt noch ein paar liegen, nimmt dann das Timeout. Ja, ähm, und er ist durchaus im zweiten Ball noch nicht ganz so sicher. Den hat er stark bekommen, war taktisch gut für mich, ihm über die lange Vorhand zu spielen. Ja, und das macht er super. Voll das Risiko. Ich bin da aber hinten ein bisschen am Zucken und kriege die Bälle gut. Und, äh, ja, kam auch mit meinem guten langen Aufschlag zurecht. Ja, danach konnte ich gut einen abstechen. Ja, zwischendurch mal einen einfach nur reingegeben. Dann mich in die Abwehr drängen lassen und drauf gewartet, ob ich mal selbst einen anziehen kann oder gegenziehen. Aber das war klasse platziert. Ja, dann hat er mich gut auf den Wechselpunkte erwischt. Ich war einen Tick zu langsam. Ja, spiele ich jetzt aber hier wieder gut. War so ein Treiber mit der Noppe. Und den Aufschlag kennt ihr. Ja, den hat er auch schon bei 8-10 gemacht. Zwei Matchbälle abgewehrt jetzt. Bei 9-8 für mich. Verhindert, dass ich einen Matchball habe. Ähm, ja, und dann geht er volles Risiko an Nummer 1. Und Nummer 2 ein bisschen sicherer Rückhandflip. Sehr bitter. Bei eigenem Aufschlag bei 9-9, äh, dann 9-11 zu verlieren. Aber auch zweimal gute Rückschläge vom David. Und jetzt ist er natürlich mental im Vorteil, ja. Äh. Und das ist ein hervorragender Ball. 1-1. Aber wenn man 0-2 aufholt, ist man mental im Vorteil. Deswegen war es jetzt für mich extrem wichtig, einen guten Start zu erwischen. In diesem fünften Satz. Ja, gut zu variieren. Und ja, entscheidet mich hier nicht für den Gegentopf, sondern für die sichere Variante. In der Hoffnung, dass David einen Fehler macht. Und der Erfolg gab mir recht. Und lange Aufschläge war weiter mein Credo. Um David zu direkten Fehlern zu zwingen. Und selbst wenn er den trifft, bin ich bereit zum Abstechen. Zack, steche ich ab. Und hätte danach vorne einen geblockt. Somit jetzt sehr, sehr guter Start für mich. Ja, das gibt mir selbstbewusstsein. Ich bin jetzt in der Abwehr sehr, sehr solide. Auch im Vorhand reinhalten. Und jetzt spielt ja David einen überragenden Rückhandtopspin. Und selbst den kriege ich. Und den auch. Also jetzt im fünften Satz war ich dann wirklich bei meinen 100%. Ja, sehr sicher in der Abwehr. Und mit Vorhand reinhalten. Ja, war kaum ein Durchkommen für David. Dann wird es schwierig. Und dann treffe ich natürlich auch noch meine Angriffsbälle. Und boom. Den auch noch parallel gezogen. Also da war ich dann wirklich bei 100%. Und das war auch nötig. Sonst verdere ich dir das Spiel. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Und ja, konnte jetzt sehen, dass es taktisch sehr anspruchsvolles Spiel war für mich. Ich musste genau gucken. Am Anfang, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, Fehler zu machen, da er sehr unsicher war. Und am Ende dann musste ich mehr Qualität in meine Abwehrbälle spielen. Zwischendurch auch mal eins, zwei mehr angreifen. Meine Aufläge gut variieren. Und konnte dann am Ende 3-2 gewinnen. Ja. Nochmals froher Weihnachten. Habt ein paar schöne Tage mit eurer Familie. Lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr fandet, dass meine Taktik richtig war. Oder ob ihr vielleicht mir empfehlen würdet, mehr am Tisch zu agieren. Und was euer Eindruck vom Spiel ist. Vielen Dank. Ciao, ciao.